ich bin sogar highlight des spiels ich glaube es nicht mal schauen was es war so dass er jetzt ja hallöchen leute schön dass ihr eingeschaltet habt ja wir spielen hier eine runde overwatch und zwar gibt es das dieses wochenende komplett kostenlos man kann das ein bisschen austesten und das wollte ich einfach mal tun und wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen wir sehen uns gleich im spiel wieder bis dahin ja das ist auch das spielprinzip hier ihr seht man dreht das schild und wartet darauf dass etwas herauskommt aus dem schild das kann manchmal sehr lange dauern manchmal geht es auch schneller quatsch es geht gleich los und zwar in knapp 20 sekunden ich spiele supporter und zwar den luchero der so eine art ja heilungseffekt um sich herum hat das ist eigentlich ganz nice wo laufen die alle hin ich gehe mal hier mit einer seite raus das ist natürlich doch jetzt mich allein da ist er sehr schön erst mal ein bisschen speed boost hier schön schnell unterwegs sind und dann gucken wir mal wir sollen hier das fahrzeug begleiten da sind wir auch schon und schalten und du musst den ganzen kack hier mal eieiei jawoll weggesprengt sauber so soll das sein das ist eine coole map hier kenne ich noch gar nicht also ich habe wie gesagt noch nicht so viel gespielt hier brauche ich meine helfe ich habe noch nicht ja hier ist er scheiße hier ist jemand oh der ist fast tot jawoll nice wo ist das fahrzeug ach das ist schon viel weiter vorne ein bisschen musik wir spielen die dj naja mal schauen aber wir sind gleich beim ersten checkpoint das läuft schon mal relativ gut wo ich hab sie zwar fies gewesen aber einfach mal eine heilung aua ja checkpoint 1 das ging schnell da hinten ist jemand kritisch aber das mit zu weit weg oh das schaffe ich nicht mehr sorry guy sorry wieso komme ich da nicht ran komm schon sterb doch endlich wieso sterben die denn nicht ich treffe die auch nicht ne das ist unglaublich und sie hat mich gehackt ich kann grad nichts machen oder jetzt aber aber wir sind gleich beim ersten punkt es scheint hier sehr gut zu laufen tatsächlich kaum widerstand hier von den gegnern das ist echt ruhig hier wo sind die was machen die oder von einer das war nicht gut das war die ulti und ich stand mittendrin das war ich das war echt böse würde ich mal so behaupten ich bin die 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 es läuft auch hier menschen es läuft ja echt gut gerade ja 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 shit zu spät ja komm schon jawohl das war ja sauber nice durch erfolg freigeschaltet sogar Mensch was auch immer das heißt wir werden es gleich wissen nun der haben so wahrscheinlich mit seiner ulti jetzt kommt sie da standen mich gerade alle ne doch nicht das war das Highlight ich gebe mir einfach mal selber den Punkt komm 1 2 sauber so soll das sein dann kriegen wir eine lootbox aber das ist nicht euer ernst das ist nicht euer ernst fast level 10 gewonnen naja nächstes match beginnt in 3 2 2 1 so dann spielen wir jetzt mal eine runde mercy und gucken wie das läuft wie gesagt ich bin immer so ein bisschen supporter lastig also nicht wundern macht mir einfach was ich jetzt wählen sie ihren helden ok ja hab ich doch schon jetzt haben wir zwei Heiler sehr schön ich glaube es macht mehr sinn wenn ich hier dann nicht auf Heiler gehe ne ich spiele mal den best schon sogar diesen diesen coolen skin hier gekriegt man darf mal dreimal raten warum oder ihr schreibt in die kommentare bügelchen noch einmal kurz lesen ok kriegen wir schon hin kriegen wir schon hin ich kenne die halten natürlich alle noch nicht so wirklich aber irgendwie klappt das schon das spiel ist sehr intuitiv finde ich so mal gucken wo wir uns hinsetzen ich muss das mal überlegen ach hier ist der Punkt ok ich glaube wir werden uns mal hier oben drauf positionieren also hier das sieht doch gut aus und warten mal dass die Gegner hier kommen ja stell dich vor mir stell dich genau vor mir du Idiot so jetzt sollen sie mal kommen ich bin vorbereitet 11 Sekunden noch dann gehts los was bedeutet das Zeichen oder was bedeutet das Zeichen 4 4 3 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 schild so schnell ach das war bestimmt ja das war klar rausgesnipet worden die lack gehabt dass er mir so getroffen hat aber ich stand da habe ich auch mist da oben das war nicht so gut das war nicht so gut das kann ich eigentlich besser so ich komme jungs ich komme erhalte durch ich weiß noch nicht mal den schönen Punkt nennen ich glaube dass sie ganz gut ist dass sie ganz gut ist das war die falsche Tasse nein ich sollte mich nicht heilen und ich habe versuchen zu laufen funktioniert leider nicht wenn man sich heilt dann bleibt man irgendwie stehen es ist nicht so meine runde ich glaube ja oder ich muss mich jetzt einspielen kann auch sein erwarten mal ab irgendwann wird meine stunde kommen wo ich sie alle weg snipe glaube ich oder sie machen richtig haltet sie vom punkt fern hallo ist jemand drauf checkt keiner doch jetzt das gibt es doch nicht wieso sind die alle immer egal wo ich mich hinstelle ich habe den auch nicht getötet mit seinen 15 kacke ach 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 es läuft gerade echt nicht gut jetzt haben wir den vierten punkt verloren ach so ne kacke so wo stellen wir uns denn mal hin ich glaube hier stellen wir uns mal hin ich muss einfach mehr aufpassen dass ich äh ich bin ich in Position stehe dass ich schneller weggehen ich kriege auch keine Kiez kann doch nicht wahr sein aber nach meinem auch ein Monat vor Ort mach ich hinschieben es hat mich irgend jemandem wo ich ab und gehen jetzt soll sie mal kommen Alter nicht mit mir vorleihen verdammt das war alles so hell ich glaube so kämpfen ist nicht so meins ich bin eher der durch die gegend springt glaube ich aber wenn sie jetzt drauf sind dann gehe ich da rein alter dann baller ich sie weg die haben auch so viele sniper die haben genau die counter für mich gepickt und ich bin der schlechtere ich glaube das ding bin ich gehalten ich bin einfach zu schlecht war aber ich bin und feiern also vielleicht haben wir ja glück aber erst mal schon weiter hast du das gesehen diese blöden snipe jetzt hat die blöde kuh mich gehackt das kann ja auch nicht wahr sein hacker sniper das ist ja hier unglaublich das war so mies gerade der richtige counter gegen mich sich da aus der bastion geholt werde weg mit dir ich muss ja glaube ich 3 das war knapp man kommt auch so schlecht weg als ich stehst halt ja und ich habe mich gerade selber gekillt ich bin ich bin ich bin ein Profi man merkt es ne absoluter Profi aber wir können es noch halten also von daher ich werde mich immer wieder positionieren ich glaube die Ecke war gar nicht so schlecht für uns dann die von unten kommen kann ich dann reinballern da ist auch niemand die Kommilitie angeflogen aber ich weiß nicht wo wir beiden sind tot also absolut nicht mal ne Runde hier merkt schau oh mein ich hab ihn einmal getroffen wow na ach wie so geht ich ich will mich immer selber wenn ich den angreifen weil er mal so ein blödes Drehding gemacht, ey. Ist einfach zu stark gegen mich. Guck dir an. Ich bin sofort tot, wenn er das macht. Ich muss dann aufhören zu ballern, ey. Aber dann schlitzt er mich halt durch, ne? Das ist das Problem. Egal, wie man es macht. Geschützt voraus. Vorsicht. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. An der Seite kommt immer ein blöder Genji, ey. Habe ich keinen Bock drauf. Na komm. Nicht schon wieder. Diesmal nicht mein Freund. Ich schnauze. Oh, Alter. Baller den jetzt weg. Nein, der hat ulti. Oh, Mann, was mache ich denn? Ich bin so schlecht. Was war das denn? Hast du das gesehen? Er ist eine blöde Unverwundbarkeits-Ulti. Und es wird schon irgendwie ulti. Oh, Mann, ey. Die haben alle Counter gegen mich. Ich glaube, ich sollte wieder auf Heilung gehen. Kommt von nicht besser. Das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt mal. Jawoll. Jawoll. Sollen sie mal kommen? Wir haben noch zwei Minuten. Das schaffen wir schon noch. Auch wenn ich mich doof einstelle, mein Team periodiert mich. Das Problem ist der Genji und der Sniper. Das ist so. Ja, das ist ziemlich böse. Eigentlich ist es, glaube ich, für Verteidigung ganz gut, aber wenn du halt mit ihm nicht umgehen kannst, so wie ich, dann, ja, dann sieht das sehr schlecht aus, Leute. Ja, komm schon. Komm schon, irgendwas. Ich brauch was zu tun. Hallo. Passiert hier nochmal was? Ja, jetzt werden sie durchfaschen. Ich muss mich schnell machen. Jawoll. Jawoll. Jetzt läuft's doch hier, Leute. Es läuft gerade. Warte. 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 Ja. Ja. Na, nicht ernst. Na? Na? Oh. Alter, ist das dein Ernst? Die hat mich schon wieder gehackt, die blöde Kuh. Nein. Nein. Ah. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, jetzt wird's schnapp. Nein, ich hab mein Panzer gestaltet und jetzt gar keiner mehr. Jawoll, einen haben wir noch mitgenommen. Oh, hier sind zwei. Oh, ich muss hier weg. Oh, shit, ich hab sogar das Schild bekommen, aber wenn der mit seiner Ulti der reinrennt, also, und der war auch noch unverwundbar. Zeit für uns zu sehen. Ah, doof, doof. Nicht gut. Eine gute Runde. So, ich stelle mich, glaube ich, nochmal hier rechts von hin. Ich versuchte mal mit zu ballern. Jawohl, die haben wir schon mal. Kein Heiler mehr. Jawohl, den haben wir auch. Kann man nachladen. Das liegt schon mal besser für mich. Wo sind sie denn? Wo sind sie von rein? Ne, da ist einer. Oh, ich sollte mich nicht selber schütteln. Oh, der stimmt auch immer nicht, ne? Nein. Oh, war das knapp. Jawohl, geht doch, sauber. Noch in der Vollfreigestellte. Alter, es läuft hier gerade. Stufe 10, jawohl. Ey, ihr merkt, ich hab schon ein bisschen gespielt, aber meistens eben Supporter. Oh, ich bin sogar Highlight des Spiels. Ich glaube es nicht. Mal schauen, was es war. Weißt du, das... Ja, jetzt. Ja. Einer kommt noch? Ne. Na ja, so Highlight-mäßig war das jetzt nicht. Ich kriege ja nicht mal einen Button hier. Aber ich fand, hier hat einen guten Job gemacht, der Heiler. Heiler werden sowieso immer zu wenig gewürdigt. Danke, danke. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es werden bestimmt öfters mal, wenn ich neue Videos von mir erscheinen. Wie gesagt, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen regelmäßiger, einfach mal was aufzunehmen und rauszuhauen. Und ich hoffe, ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, tschüss.